Herzlich willkommen zum Modul 3, Kräfteverhältnisse berücksichtigen. Wer mit einer politischen Kampagne Verhältnisse verändern möchte, bekommt es mit Interessen zu tun. Da gibt es ganz schön viele. Denn an der Situation, so wie sie ist, verdienen einige Leute gutes Geld. Mit der Situation haben sich viele arrangiert. Und es gibt viele, die das Gefühl haben oder das Wissen, dass sie aufgrund ihrer Rolle bestimmte Dinge nicht einfach so tun können. Nicht einfach so den Zwang einer Koalition oder Fraktion zu brechen oder anders zu handeln, als die Vorgesetzte es bisher vorgesehen hat. Das ist auch eine bittere Erkenntnis. Denn das gute Argument ist bei Weitem nicht alles, was ihr braucht, um in diesem Land etwas zu verändern. Zum Glück gibt es aber einige Tools, die euch helfen, besser zu verstehen, woran ihr seid. Und was ihr ändern könnt. Vorstellen möchte ich euch zum Beispiel die Umfeldanalyse. Dabei macht ihr euch klar, mit wem bekommen wir es eigentlich zu tun, wenn wir uns an unsere Kampagne hineinstürzen. Welche Personen sind das? Welche Institutionen? Welche AkteurInnen? Ihr schreibt am besten pro Akteurin einen kleinen Zettel und sammelt erst mal. Sammelt auch so konkret, wie ihr könnt. Also nicht die Regierung oder die Verwaltung, sondern konkreter das Umweltministerium, das Verkehrsministerium, das Familienministerium oder im Rathaus die Abteilung für Jugendpflege, die Abteilung für Umweltschutz, die Kulturmenschen, die Leute, die für die Wirtschaftsförderung da sind. Und überlegt euch dann jeweils, was wisst ihr über die? Und dann geht's los. Ihr malt euch ein Koordinatensystem. Auf den Boden, an die Wand, auf ein großes Stück Papier. Und ihr legt die gesammelten AkteurInnen dann an den richtigen Punkt in diesem Koordinatensystem. Auf der waagrechten Achse geschoben, kommen die Leute weit in Richtung Pfeilspitze, auf die rechte Seite hinüber, die eure Position teilen. Auf die linke Seite nehmt ihr die, die euch nicht zustimmen oder sogar ganz und gar anderer Meinung sind. Die kommen dann weit nach außen. Und dann schiebt ihr entlang der senkrechten Achse nach oben oder unten, je nachdem, für wie wichtig und einflussreich ihr die AkteurInnen in diesem Prozess haltet. Bei der Kampagne Brot in Not sah das dann ungefähr so aus. Und bei jeder Umfeldanalyse habt ihr schon in diesem Status eine wichtige Unterscheidung und eine wichtige Erkenntnis. Denn in dem Viertel eures Systems, was sich rechts oben befindet, da, wo der Smiley zu sehen ist, da sind jetzt Figuren gelandet, AkteurInnen gelandet, die euch eher zustimmen und die einen gewissen Einfluss haben. Das sind potenzielle BündnispartnerInnen für euch. Und in dem anderen oben liegenden Viertel sind die gelandet, die vielleicht gerade auch das Problem verursachen, die, die profitieren, die, die voll gegen euch sind, die unter Umständen gefährlich werden können oder die auch eure AdressatInnen und Adressaten werden können. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Ihr müsst ja hinterher überlegen, welche Akteure ihr auch direkt ansprechen wollt, dass sie ihr Verhalten verändern. Genau. Und wer gerne analysiert, ist oft auch mit der SWOT-Analyse gut beraten. Es hilft, einzelne AkteurInnen, die ihr merkt, dass sie für euch spannend sind, nochmal genauer zu betrachten. SWOT kommt aus dem Englischen und steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Die deutsche Übersetzung seht ihr hier in dem kleinen Koordinatensystem. Es ist ganz hilfreich, sich das bewusst zu machen und es ist übrigens auch hilfreich, das für mehr als einen der interessanten AkteurInnen zu machen und vielleicht sogar auch mal für euch als Gruppe. Da kommt dann was anderes heraus und ihr macht euch aber unter Umständen nochmal bewusst, was für Stärken und Schwächen ihr selber habt und was ihr vielleicht für Chancen noch nutzen könnt. Dazu gibt es aber auch in späteren Modulen noch mehr. Bei der Kampagne Brot in Not sah die SWOT-Analyse so aus, sie haben sie ganz gezielt für einen Akteur gemacht, den wir spannend fanden als Bündnispartner, nämlich die Saatguttauschbörsen. Und dann haben wir notiert, unter Stärken, im ganzen Land gibt es diese Saatguttauschbörsen. Die Menschen dort sind vorinformiert und interessiert. Es ist einfach schöne Stimmung dort und es geht viel um Gärtnern und auch um Zukunftshoffnungen. Uns ist aber auch klar gewesen, und das haben wir unter Schwächen notiert, dass es gar nicht so ein großer Wirkungskreis ist, der da aktiv ist und dass deren Schwerpunkt Gemüse ist und nicht Getreide. Bei den Chancen aber schon, wir können uns dorthin einladen lassen. Wir haben eine Chance, unser Thema zu verbreiten in verschiedene Ecken. Und wir können die Kampagne vorstellen, wir können dort Unterschriften sammeln und auch Botschafterinnen für das Thema vor Ort gewinnen. Genau, uns war aber auch klar, zu den Risiken gehört, es ist ein ganz schön kleines Zeitfenster, wo diese Tauschbörsen wirklich laufen. Und wir müssen auf jeden Fall zum Beispiel die Kosten einplanen, die diese Reiserei verursacht und überlegen, ob es uns auch wert ist, doch einige Kraft in diesen zwei Kernmonaten, drei Kernmonaten der Saatguttauschbörsen aufzubringen. Ja, jetzt seid ihr eigentlich schon an der Reihe. Denn die Idee ist, ihr versucht das gleich mal auch. Ich habe Details zu der Umfeldanalyse auch nochmal im Handout hinterlassen. Dort findet ihr auch noch eine andere Spielart, wo man nicht nur nach der Frage, wie einflussreich sind die Akteurinnen guckt, sondern auch noch, wie sehr sind sie betroffen von einem Thema. Manchmal habe ich da schon zusätzliche Erkenntnisse rausziehen können und fand das hilfreich in der Arbeit. Aber für euch liegt nun auch ein Koordinatensystem hier an der Wand. Und ich möchte euch einladen, überlegt, welche Akteurinnen sind es, mit denen ihr zu tun bekommt? Sind die eher für euch, gegen euch, eher einflussreich oder wenig einflussreich? Viel Spaß beim Denken, beim Sortieren und beim Entdecken von künftigen Bündnispartnerinnen und Gegnerinnen. Wir sehen uns im nächsten Modul.